Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Daily, wo ich jeden Tag ein StarCraft 2-Match spielen werde und es anschließend hochladen lassen werde, weil meine Internetverbindung zu schlecht ist. Ja, ich spiele als Terran, weil ich einfach nur mal nur Terran kann. Ich spiele gegen Zufall, was mich nervt, weil ich dann nicht weiß, ob ich einen Cannon Rush oder sowas erwarten soll. Und ja, erwartet nicht zu viel Gerede von mir während des Spiels, weil ich mich konzentrieren muss, um das bisschen zu machen, was ich noch hinkriege. So. Beginnen tun wir natürlich mit dem guten Good Luck Have Fun. Das wollte ich sowas von als erstes sagen. Auf jeden Fall hoch bis 9 Supply. Warten bis 75 Mineralien. So, Rampe BS. Nein. Fail. Ähm, weiter Arbeiter. So, mein Plan ist, ähm, äh, ein Bio-Mächte... Ne, eher ein Bio-Tor-Build. Ja, nach diesem... Nach diesem Versorgungsdepot kommt als nächstes noch eine Barracks. Nein, nicht noch eine, sondern überhaupt eine Barracks. Äh, daraufhin mein erstes Gas. Barracks. Genau, Barracks. UiBF. Das war vielleicht etwas früh. Gas. Additional Barracks. Das war vielleicht etwas früh. Du da hin, ihr beiden nach da, hier S. Aber in Tender UiBF soll doch nach hier. Ähm... BIR Satellitenzentrale, sobald wie möglich. Du kriegst in der Zeit schon mal den Reaktor. Satellitenzentrale, komm schon. Ich glaub, mir fehlt ein, äh, ein gebauter UiBF. Egal, nicht so wichtig. Wichtiger ist erstmal hier an die Linie. Oh mein Gott, seine Drohne greift mich an. Was hat der Gegner denn zu diesem Zeitpunkt? Kalbanete-Kern auf dem Weg. Snack of Dead Mir-... Oh, er hat... Oh. Ich weiß nicht, ob ich das sicher machen kann. Mehr UiBFs bauen. Definitiv viel mehr UiBFs bauen. Er hat seine Echse noch nicht. Der hier kommt zurück. So, der mein Gegner lag. Das find ich persönlich eigentlich ganz gut. Auch wenn es eigentlich unnötig ist, repariere ich das hier erstmal. Brauche noch einen Marauder. Und was ich jedes Mal, jedes einzelne Mal vergesse, ein neues Depot. Dann spare ich als nächstes erstmal auf meine Fabrik. Und ich glaube, ich reiche schon mal ein... Nein. Nee. Reeper sind zu schlecht geworden. Vf. Vf. Hier rüber. Zwei weitere UiBFs. Definitiv Schockmunitionärz erstes, weil es nun mal das Billigste ist. Du kommst nicht raus. Jetzt kommst du raus. Wobei... Ja. Neuer Marauder. Du brauchst mir noch ein Depot. Das nach unten. Noch zwei UiBFs. Weiter produzieren. Hieran kommt das gute Tech Lab. Während du dich bereit machst, das Waffenlager fertig zu machen. Du hier drüben. Gehst dazu über, ein Maschinedock zu bauen. Stim-Packs. Stim-Packs sind immer nützlich. Da muss ich noch warten. On the back of this. Additional Depot. Mehr UiBFs. B-B-T. Mit zweitem sichern. Und den ersten Tor. Nein, ich glaube, ich kümmere mich erstmal darum, eine Expansion zu bekommen. Ich bin bei 15. Ein UiBF noch. Oder? Ja. Ich warte darauf, dass ich eine Echse bauen kann. In der Zwischenzeit geht mein Stoßtrupp dazu über. Wunderbar. Wo ist meine Armee? Okay, fail. Das war ein wirklich, wirklich schlechtes Game. Oh Gott. Verdammt. Naja, das war das SC StarCraft 2 Daily für heute. Wir sehen uns morgen.